Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal, opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischsten Vater auf, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Heiliger Josef, der Vater Jesu Christi und wache Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages. Und diese Nacht. Liebesakte, Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig, wir lieben euch. Rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der Großen bitte diesen Liebesakt, mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Erf auch uns, eine Herberge, für die Liebesfamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Herzenstausch mit Jesus und der heiligen Jungfrau Maria. Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wankelmütiges Herz aus, gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz. Damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kannst. Liebster Herr Jesus Christus von Nazareth, Sohn, des lebendigen Gottes, tausche bitte mein sündhaftes, wankelmütiges Herz aus, gegen dein heiligstes Herz. Damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kannst. Erfülle meine Bitte, du Gute und getreue Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Goldenes Arbe Maria, wie der heiligen Gertrud offenbart. Sei gegrüßte weiße Lilie der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit. Du leuchtende Rosa, himmlische Anmut, von welcher der König der Himmel geboren und genäht werden wollte. Nähere unsere Seele mit göttlichen Einströmungen. Amen. Das mächtigste Heilungsgebet vom heiligen Pater Pio. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt gesandt hast, um mich zu retten und zu befreien. Ich vertraue auf deine Kraft und Gnade, die mich stürzt und wiederherstellt. Lieber Vater, berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen, denn ich glaube, dass es dein Wille ist, dass es mir gut geht, meinem Verstand, Körper, meiner Seele und meinem Geist. Bedecke mich mit dem allerkostbarsten Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, von der obersten Stelle meines Kopfes bis zu meinen Füßen. Entferne alles, was sie mir nicht sein sollte. Entwurzle alle ungesunden und abnormalen Zellen. Öffne verstopfte Arterien oder Venen und stelle beschädigte Bereiche wieder her und fülle sie wieder auf. Entferne alle Entzündungen und beseitige jede Infektion durch die Kraft des gussbaren Blutes Jesu. Lass das Feuer deiner heilenden Liebe durch meinen ganzen Körper gehen, um zu heilen und alle kranken Bereiche zu erneuern, damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast zu funktionieren. Berühre auch meinen Verstand und meine Emotionen, selbst die tiefsten Nischen des Herzens. Durchstrenge mein ganzes Sein mit deiner Gegenwart, Liebe, Freude und deinem Frieden. Ziehe mich immer näher zu dir, jeden Moment meines Lebens. Vater, fülle mich mit deinem Heiligen Geist und befähige mich, deine Werke zu tun, damit mein Leben deinen heiligen Namen Ehrlichkeit und Ehre gebe. Ich bitte dies im Namen des Herrn Jesus Christus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gute, die treifältige, barmherzige Liebe. Komme allen Menschen zu gut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebeswärmung. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Wir bitten dich, o höchstes Gut. Die dreifältige, brennende Liebe komme allen Menschen zugut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Weibern und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Wir bitten dich, o höchstes Gut, die dreifältige, blutende Liebe komme allen Menschen zugut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei der dreifältigen Liebe von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Abgruß zum heiligsten Herzen, Jesus. Den letzten Gruß der Abendstunde sende ich zu dir, o göttliche Schatz. In deine heilige Liebesfunde senke ich des Tages Freude und Schmerz. O Herz der Liebe, dir Vertraute, am Morgen ist es Tageslast. Und nicht umsonst, ich auf dich baute, voll hohl, du mich gesegnet hast. O hab Dank für deine Güte, die schützend mir zur Seite stand. Auch diese Nacht mich treu behüte, durch deine seigen Engels Hand. O göttliche Schatz, all meine Sünden, bereue ich aus lieb zu dir. O lass da mich Bezeihung finden, schenk deine Liebe aufs Neue, mir. Herz sie so ähnlich, ich empfehle auch alle meine Liebtier. Beschütze sie an Leib und Seele, die Gutes hier erwiesen mir. Gelobt sei Jesus Christus. In deine heiligen Herzenswunde schlafe ich nun sanft und ruhe ich ein. O lass sie in der letzten Stunde mir eine Himmelsforte sein. Amen. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind. In's allen deinen Segen geht. Amen.